Die Verbindung zwischen Knast- und Musikindustrie, Tupac, Pim C und Crazy Bone. Es wurden sogar Richter verurteilt, die Geld von privaten Gefängnissen gekriegt haben, um ihre Jugendgefängnisse zu füllen. Was aber keine Behauptung ist und jeder nachschauen kann, ist, dass es zwei Firmen gibt, die Top-Shareholder in jeglichen Musik- und Medienunternehmen sowie in der privaten Knastindustrie sind. Diese zwei Firmen sind Blackrock und Vanguard. Digga, da sind die zwei Namen wieder. Es gibt ein Gerücht in Amerika, dass Knastmusikindustrie Hand in Hand zusammenarbeiten. Eine Gruppe von reichen Business-Männern, die in die private Knastindustrie investiert haben, sollen für einen Haufen Kriminalität seit den 90er Jahren in Amerika verantwortlich sein. Es soll ein Meeting gegeben haben, wo man Rapper zusammengeholt hat. Du siehst ja, entweder muss es sexuell sein, kriminell sein oder halt irgendwas Dummes erzählen. Aber sobald es deep wird und sobald du irgendeine Message hast und sobald es gut wird, wirst du eigentlich eher bekämpft. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf LeonLovlog Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist gut. Ist gut. Ist alles gut. Ich küss euer Herz. Liebe von mir und vom ganzen Chat natürlich. Ihr seht es hier oben. Die Liebe ist da. Kommt gerne vorbei auch mal im Stream. Und was ich noch sagen wollte ist, haut gerne über den Discord mal eure Video-Vorschläge rein. Ich habe Bock auf interessante Dokumentationen über interessante Themen. Aber auch sowas wie Vorträge oder sowas finde ich immer sehr interessant. Also gerne unten den Link nutzen und rein in den Peter und da ein paar Sachen reinschicken. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die nächste Reaction rein. Und zwar habe ich mir mal ein Video von FlexDoku rausgesucht, was schon sieben Monate alt ist. Aber ich fand das Thema an sich sehr, sehr interessant. Das Video heißt die Verbindung zwischen Knast und Musikindustrie. Tupac, Pimsi und Crazy Bone. Ich bin gespannt. Videos von FlexDoku sind immer sehr nice. Und kann man sich auch mal hier und da ein altes raussneaken und darauf nochmal reagieren. Ich hoffe, ihr habt Bock, meine lieben Freunde. Und ab geht der Peter. Yo Leute, was geht? Ich hoffe, alles gut. Was's up, man? Ich gehe bei euch. Alles nice, Diggi. Ich hoffe, ich bin bei dir auch. Heute gehen wir wieder mal auf ein sehr interessantes Thema ein. Wir gehen auf die Verbindung zwischen Entertainment und Knastindustrie ein. Hauptsächlich Musik und Knastindustrie. Im Jahr 2012 kontaktierte Cooperation of America, CCA, der größte Name in der privaten Gefängnisbranche, 48 Staaten in Amerika und bot den Kauf ihrer Gefängnisse an. Das Fragwürdige waren die Bedingungen. Es wurde ein Vertrag aufgesetzt, in dem diese Gefängnisse aber versichern mussten, dass sie während einer Vertragslaufzeit eine Belegungsrate von 90% aufrechterhalten müssen. Die Frage ist... Davon habe ich auch schon mal gehört, meine lieben Freunde. Hier kann man eine 90%ige Belegungsrate in einem Gefängnis aufrechterhalten. Zwei Monate später wurde eine anonyme E-Mail an verschiedene Mitglieder der Musik- und Verlagsbranchen verschickt, in der über ein Treffen berichtet wurde, bei dem festgelegt wurde, dass Hip-Hop-Musik nun manipuliert werden soll, um die Gewinne privater Gefängnisse in die Höhe zu treiben. Obwohl der Autor behauptet, ein ehemaliger Brancheninsider zu sein, nannte er weder die... Davon habe ich auch schon mal gehört, halt, diese bewusste Kriminalisierung, gerade auch von den schwarzen Brüdern und Schwestern in Amerika. Also, dass da wirklich alles dafür getan wird, damit die kriminell werden, damit die im Knast landen am Ende des Tages sowieso. Davon habe ich auch schon mal gehört. Und da geht es auch noch viel deeper rein in die Theorien, wo auch wirklich dann Drogenhandel und sowas gefördert wird von der Regierung in diesen Vierteln. Und ja, dann die Väter in den Knast kommen, dadurch die Kids alleine mit ihren Müttern groß werden, wieder auf der Straße groß werden. Und das ist halt ein Päufelskreis. Das ist ein langwieriger, immer wiederkehrender Prozess von Kriminalisierung. Und weil normalerweise waren die schwarzen Familien in Amerika damals sehr, sehr stabil. Bis dann diese Agenda nach vorne getrieben wurde, dass die immer mehr kriminalisiert wurden. Und genauso auch über Musik und sowas, weißt du. Und das ist sehr, sehr traurig. ... der beteiligten Person. Noch gab er an, bei welcher Firma er selbst beschäftigt war. Der Brief wurde wegen Mangel an Fakten als Betrug gesehen. Doch es sind mal ähnliche Sachen passiert und aufgeflogen. Es wurden sogar Richter verurteilt, die Geld von privaten Gefängnissen gekriegt haben, um ihre Jugendgefängnisse zu füllen. Das mit dem Treffen ist nicht bewiesen. Was aber keine Behauptung ist und jeder nachschauen kann, ist, dass es zwei Firmen gibt, die Top-Shareholder in jeglichen Musik- und Medienunternehmen sowie in der privaten Knastindustrie sind. Diese zwei Firmen sind Blackrock und Vanguard. Digga, da sind die zwei Namen wieder. Top-Shareholder in Musik-Unternehmen und im privaten Knastbereich. Oh Mann, Alter. Die haben ihre Finger überall drin, wa? Die zwei Firmen sind Blackrock und Vanguard. Die Firma Blackrock wird, denke ich mal, für einige von euch ein Begriff sein. Und wenn... Beide, Bro. ... ein Uncle Jackson, wie du gesehen hast, für den wird Vanguard genauso ein Begriff sein. Heute gehen wir näher auf das Thema Rap und wie Leute damit... Vor allem, wenn du auch die Videos reinziehst von Ernst Wolf zum Beispiel, der hat ja auch diese zwei Unternehmen gut mal auseinandergenommen und da mal so die Hintergründe erklärt. Und das ist halt einfach so, dass die eigentlich das meiste Geld auf der ganzen Welt verwalten und damit halt auch eine riesen Machtposition haben. Also du siehst, die sind wirklich überall mit involviert. Politikgeschichten, Wirtschaftsgeschichten, aber auch Musikindustrie, Knastindustrie. Das ist schon crazy. Einflusswert, nein. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Like das Video, wenn dir so Themen gefallen. Danke im Voraus. Warte mal kurz. Ich habe gesehen, dass öfter mal meine Cam ein bisschen so den Untertitel verdeckt. Ich küsse doch euer Herz. Sorry dafür, YouTube. Ich habe ein, zwei Kommentare gelesen. Nehme ich mir natürlich zu Herzen. Es gibt ein Gerücht in Amerika, das Knastmusikindustrie Hand in Hand zusammenarbeiten. Es geht um die Szene in Amerika und um Amirap. Aber wie wir alle wissen, hat Amirap auf die ganze Welt Einfluss. Da vielen nicht bewusst ist, dass Musik viel beeinflussen kann, blende ich euch mal ein paar Worte von Tupac ein, wo dieses Thema mal angeschnitten wird. Krass Digga, ja Digga. Der war sich dessen bewusst. Crazy. Das siehst du ja auch. Wenn jemand so diese dreckige Message vertritt, dann kommst du ganz schnell nach oben. Das funktioniert sogar auch bei uns so in Deutschland. Ich kenne da ein Beispiel, was mir direkt in den Kopf kommt. Jemand, der eigentlich ganz normal gerappt hat, immer schön conscious und so und ein bisschen auf Oldschool Beats und dies, das, bla bla bla. Und dann angefangen hat, so ein bisschen Teufelsscheiß zu promoten. Bisschen mehr Drogen, bisschen mehr Bitches, bisschen mehr Alkohol. Bisschen abgefuckter einfach sein. Auf einmal geht er durch die Decke. Weißt du? Und das ist halt schon eine Sache, die ich extrem finde. Und auch Tupac war sich dessen bewusst, habe ich jetzt zum ersten Mal so gehört, aber dass er anschaffen geht quasi für die da oben und nur diese Platinum-Erfolge und sowas bekommen hat, weil er halt eine gewisse Message vertreten hat, die dazu beiträgt, was die halt wirklich auch wollen. Weißt du? Und das ist halt schon crazy. Und du siehst auch, sobald Leute sich verändern und sich immer bewusster werden und dann auf einmal ihre Dinge in eine positivere Richtung anpassen, werden die auch ganz schnell gecancelt, kriegen irgendwelche Vorwürfe an den Kopf und ja, Digga, landen im Knast und diese ganzen Geschichten. Das ist schon crazy. Diese Worte kamen so zustande, als sein Interviewer Tupac provoziert. Indem er ihm sagt, dass er eigentlich sowas wie eine Prostituierte vom Musiklabel-Inhaber ist. Und dass sie ihm nur wirklich crazy, das Interview habe ich nie gesehen. Im TalkLife-Ding, was er da macht, so viel Geld geben und er so erfolgreich ist. Darauf hat er sich natürlich angriffen geführt und hat ein paar Sachen gesagt, die vielleicht nicht so gemeint waren, aber auch ein paar Sachen, die offensichtlich der Wahrheit entsprechen. Er sagt, wenn er heute etwas in einem Album schreibt, ist es in zwei Monaten Realität. Damit meint er, dass in zwei Monaten die Sachen, die er gepusht hat, Realität sind. Von seiner Kleidung, die er trägt, bis zu seinem Verhalten. Und genau so ist es. Ob wir es wollen oder nicht. Serien, Filme, Talkshows, Rapper, Info-Gesellschaft. Gehen wir mal genau auf Rapper ein. Jeder hat früher 50 Cent, Aiken, Eminem, Tupac und viele weitere gehört. Für viele waren sie Vorbilder. Sie haben sich wie sie gekleidet, wie sie verhalten, ihre Bewegungen übernommen und wollten auch den gleichen Weg, wie sie gehen. Auch wenn das mit kriminellen Sachen zu tun gehabt hat. Das hat eine Gruppe versucht, für sich auszunutzen. Eine Gruppe von reichen Businessmännern, die in die private Knastindustrie investiert haben, sollen für einen Haufen Kriminalität seit den 90er Jahren in Amerika verantwortlich sein. Es soll ein Meeting gegeben haben, wo man Rapper zusammengeholt hat und sie ein NDA unterschreiben mussten, damit sie auch nichts weitererzählen. Den Rappern wurde dann von einem Plan erzählt, der dafür sorgen soll, dass alle richtig viel Geld machen können. Indem sie in Aktien der privaten Knastindustrie investieren und dann Kriminalität durch Songtexte pushen, um somit die Kriminalitätsrate hochzubringen und dadurch dann mehr Profit herauszuschlagen. Gehen wir mal darauf ein, wo die Verbindung zu... Das ist eine crazy Theorie auf jeden Fall. ...Knast- und Musikindustrie entsteht. Die drei größten Labels in Amerika sind Sony, Warner und Universal. Die größten Firmen für private Knäste sind Core Civic, früher auch CCA genannt und GEO. Den zwei Firmen gehören fast alle privaten Gefängnisse in den Staaten. Was verbindet nun Sony, Warner und Universal mit Core Civic und GEO? Und zwar die zwei bekannten Firmen Blackrock und Vanguard. Scheiße. Diese zwei... Folge den Geldströmen, meine lieben Freunde. ...und sind unter den größten Shareholdern bei beiden. Entertainment und Knastindustrie. Wenn man an Knast denkt, hat man eigentlich eine vom Staat kontrollierte Einrichtung im Kopf. Das ist aber nicht immer so. Denn oft sind Gefängnisse private Einrichtungen und werden privat kontrolliert. Kurz mal erklärt, wie privat... Vor allen Dingen, dass die Verträge abgeschlossen haben, wo eine 90-prozentige Belegungsrate immer eingehalten werden muss. Das ist auch heftig, wenn du überlegst. Natürlich haben die dann Interesse daran, die Gesellschaft etwas zu kriminalisieren, damit dann die Knäste auch immer ausgelastet sind, weil damit auch wieder Geld verdient wird. Es ist schon krass und wie... Ja, Bro. Da wird halt mit Menschenleben gespielt, ne? Aber es ist eher bei vielen Industrien so. Es ist ja nicht nur bei der Knastmusikindustrie, es ist ja auch bei der Pharmaindustrie zum Beispiel. Wo auch gewisse Dinge einfach nur getan werden, damit Geld gemacht wird und das Wohl vom Menschen einfach nicht mehr im Vordergrund steht. Das ist halt ausgeufert, Mann. Dieses Geldthema so, dass man überall immer nur das Geld sucht und die Macht sucht und so, ist halt ausgeartet, finde ich. Wir müssen zurück zur Menschlichkeit finden. Zu Liebe finden. Lass uns nach Hause kommen. Da, wo wir hingehören. Zu Gott. Es sind zum Beispiel Geld machen. Die privaten Knäste haben Verträge mit der Regierung und kassieren täglich pro gefüllten Bett ab. Das waren in den 70er bis 90er Jahren circa 30 bis 40 Dollar pro Person und Tag. Heute sind es um die 150 Dollar. Auch sind Knäste oft Fabriken, wo Leute die verschiedensten Sachen produzieren. Und das für Centbeträge. Also hat man sozusagen auch billige Arbeitskräfte. Die machen auf jeden Fall Geld damit, dass Leute im Knast sind. Das ist halt schon hart. Aber alles wird monetarisiert irgendwie. Überall wird versucht, noch der letzte Groschen rauszudrücken. Und das für Centbeträge. Also hat man sozusagen auch billige Arbeitskräfte. You can pick a town, build one and own one, private. What do you think they do with prisons? They make it. They make it. Everything that's in this room they make it in prison. They make it you ain't even seen before in the prison. You know, I... Scheiße. Wenn man gerade noch selber an der Kriminalität steckt, stellen sich nur wenige die Frage, wie man überhaupt in diese Situation gekommen ist. Solange das Geschäft läuft, stellt sich keiner die Frage, wie er da gelandet ist, wo er gerade ist. Die meisten, die am Ende diese Frage beschäftigt, sind Leute, die Haftstrafen gekriegt haben oder deren Familie dadurch zerstört wurde. Könnte es sein, dass die Mehrheit der kriminellen Leute durch beeinflusst und kriminell geworden sind? Klar. Also ich sag mal so, ich glaube, es ist ein Effekt von vielen Seiten. Weißt du, es ist nicht nur die Entertainment-Branche, die Leute kriminell macht, sondern natürlich auch der Background, wo die aufwachsen etc. Aber ich hab schon, also ich bin schon überzeugt davon, dass diese ganze Geschichte, diese ganze Musikgeschichte und Entertainment-Geschichte, Filmgeschichte-Industrie auf jeden Fall einen Effekt darauf hat, dass Kids und Jugendliche Bock darauf haben, den Scheiß auch zu tun. Und es wird ja auch immer wilder, auch mit Drill und so. Und dann stechen die in Chicago irgendwelche Leute ab und machen dann am nächsten Tag einen Song darüber, so weißt du, und promoten das. Und das wird dann in die Playlisten reingepusht und das wird von allen Labels gepusht und gesagt, geil und so, nice, bla bla bla. Und dann gibt's irgendwelche 13-, 14-Jährigen, die zu Hause sitzen und denken, ja, Digga, geil, ich muss morgen auch jemanden abstechen und dann einen Song darüber machen, dann krieg ich Hype, dann krieg ich einen Vertrag, dann ist alles nice. Und diese gute Message und das Gute zu verbreiten, wird ja nicht wirklich gepusht, so. Du siehst ja, entweder muss es sexuell sein, kriminell sein oder halt irgendwas Dummes erzählen. Aber sobald es deep wird und sobald du irgendeine Message hast und sobald es gut wird, wirst du eigentlich eher bekämpft, so. Das ist schon hart. Das ist die Umstände, die man kriminell macht. Aber den bedeutenden Schubs liefern meistens Gangsterfilme und Musik. Es gibt einen Haufen Gründe, warum Leute... Und ich hab selber mir nur Gangster-Scheiß früher reingezogen und vor allen Dingen auch so, ich weiß, dass ich auch sehr viel davon auch mitgenommen hab, wo ich dann sag, ja, Mann, geil, Digga, kriminell, geil, auf G machen, auf Gangster machen mit den Frauen und hier und da, scheiß drauf. Und ich hab sehr viel auch von diesem Rap-Scheiß dann übernommen in mein echtes Leben. Das hat safe einen Einfluss. Kriminell werden. Aber die Mehrheit will einfach nur den vermeintlich leichteren Weg gehen, der ihnen schon seitdem sie klein sind Tag für Tag vorgelebt wird. Das Gangsterleben wird einfach so sehr verherrlicht, dass viele Leute, die sowas sehen, auch Dealer werden wollen. Ihr müsst euch schon mal so denken, Leute. Genau wie es Leute gibt, die sich Mike Tyson mal im Fernseher angeschaut haben und danach Boxer werden wollten oder 50 Cent gesehen haben und danach Rapper werden wollten, gibt es genauso Leute, die Scarface geguckt haben und sich danach entschieden haben, Dealer zu werden. Safe, Digga. Ich hab auch Bock darauf gehabt dann, mal ein bisschen mehr Gras zu kaufen, dann Gras zu verkaufen und so einen Scheiß. Jetzt keinen großen, harten Gangster-Scheiß, aber halt so ein bisschen diese kriminellen Vibes anzuschmeißen, weil das cool ist. Weil du denkst, dass es cool ist. Zum Glück hab ich immer in mir drin irgendwie so ein Gefühl gehabt, ich muss den guten Weg auch gehen. Ich muss wenigstens parallel Schule durchziehen, mich darum kümmern, dass ich einen guten Abschluss hab und so, mein Traum finden, bla bla bla. Das war alles immer noch auch in mir. Ich war immer so zwischendrin, zwischen Teufel und Gott eigentlich, weißt du. Und man hat sich safe davon treiben lassen auch ein bisschen. Und ich bin mir sicher, dass diese ganzen Musikvideos und diese ganzen Songs, die ich mir da reingeknallt hab, auf jeden Fall einen Input, also einen Einfluss auf mich hatten. Natürlich wird man nicht direkt kriminell, wenn man jetzt einen Film guckt oder Gangster-Rap hört. Aber man setzt den Leuten sowas wie ein Samen in den Kopf. Und unter den bestimmten Umständen geht dieser Samen dann auch auf. Und man hat einen kriminellen Jungen. Über so eine Beeinflussung spricht auch der Rapper Crazy Bone. Viele kennen ihn vom Bone Tux in Harmony. Er redet von einem Brief, den ein Ex-CEO der Siegindustrie verfasst hat. Der Brief ist online und jeder kann ihn lesen. A few of y'all might have already heard about this, about how the music industry has very close ties with the private prison system. You heard it correctly. Again, the music business and the entertainment business in general, meaning people who control the media, the music industry and also publication private prisons. Die Geschichte geht schon über 30 Jahre zurück. Und zwar im Jahr 1991. Damals wurde dieser CEO zu einem Meeting eingeladen. Die Überschrift vom Artikel war, dass geheime Treffen das Rap veränderte und eine ganze Generation zerstörte. Wir haben uns doch mal, wir haben doch mal auf ein Video reagiert, ähm, nach dem Tod vom Take-Off. Take-Off was, ne? Ja. Ähm. Hat so ein ehemaliger Music-Executive aus den Staaten auch ein Video gemacht und hat auch das erwähnt, dass bewusst kriminalisiert wird, damit Geld gemacht werden kann, so. Und dass bewusst Leute gesigned werden, die noch mehr kriminalisieren und die noch mehr diese ganzen Sachen promoten, damit es in den Köpfen der Jugend ausgelöst wird und eine bewusste Destabilisierung stattfindet, gerade von der schwarzen Community in Amerika, so. Das ist einfach so. Redet keiner drüber, aber es ist so. Dieser Mann war schon 20 Jahre in der Musikindustrie tätig. Er war zwischen den 80ern und 90er Jahren einer der Personen, die in einem großen Musik-Label die Entscheidungen getroffen haben. Für einige Leute ist bekannt, dass Musik einen großen Einfluss auf die Leute hat. Deshalb haben ein paar Geschäftsmänner ein Meeting organisiert, um die neue Richtung von Hip-Hop zu bestimmen. Was er zuerst nicht wusste, dass er ein Teil einer Sache werden soll, die eine ganze Generation kriminell machen sollte. Das Meeting fand in einer privaten Residenz in Los Angeles statt. 25 bis 30 Leute waren vor Ort. Die meisten Leute kannte er nicht. Unter diesen 25 bis 30 Leuten waren 10 Leute, die wie eine Gruppe waren und zuerst nur miteinander geredet haben. Nach ihrem Aussehen konnte man sagen, dass diese Leute eigentlich nichts mit Rap zu tun haben. Sie sahen eher wie Leute aus, die im Büro oder an der Börse tätig sind. Leute in Anzügen. Er und ein paar der anderen Leute haben sich unterhalten, bis sie gefragt wurden, ein NDA zu unterschreiben. Viele Leute waren verwundert und haben sich gefragt, was jetzt kommt und was das soll. Manche wollten nicht unterschreiben und sind einfach rausgegangen. Krass, der war da oder was? Nachdem die restlichen unterschrieben... Dann darf der jetzt aber eigentlich nicht drüber reden, oder? Stellte sich ein Mann vor, der nur seinen Vornamen genannt hat und keine weiteren Details über sich verraten hat. Der Mann, der die Geschichte erzählt, glaubt, dass er der Organisator war. Aber sicher weiß er das nicht. Er lobte alle, für was sie bis jetzt schon geleistet und auf die Beine gestellt haben. Und fing dann auch direkt an. Er sagte, er und seine Business-Kollegen haben ein neues Investment. Diese Männer hatten Millionen in den Aufbau privater Gefängnisse gesteckt. Und sie haben sich gedacht, dass die Reichweite und der Einfluss, den diese CEOs und Musiker haben, dazu beitragen könnte, den Profit dieser Investition zu erhöhen. Manche von ihnen hatten noch nie von privaten Gefängnissen gehört und fragten, was das mit Musik zu tun hat. Diese Gefängnisse werden von privaten Unternehmen gebaut. Die kriegen dann von dem Staat Geld. Die Höhe des Geldes berechnet sich aus den derzeit sitzenden Häftlingen. Je mehr Häftlinge man hat, desto mehr Geld kriegt man. Um sie zu locken, hat man ihnen angeboten, dass sie jetzt auch in dieses Business mit einsteigen können. Und dann am Ende auch ein Haufen Geld machen können. Wieder fragten Leute, was das mit Musik zu tun hat. Weil sie ja nicht direkt gesagt haben, dass sie wollen, dass sie jetzt ein Haufen Leute manipulieren. Ein Mann aus der Musikindustrie übernahm das Wort. Er hatte, wie es aussieht, eine engere Verbindung zu den Leuten in den Anzügen. Und sagte, dass die Businessmänner in diese Gefängnisse Geld gesteckt haben. Und es in ihrem Interesse wäre, wenn diese Gefängnisse auch voll bleiben. Ihre Aufgaben waren es, die Kriminalitätsrate nach oben zu treiben. Sie sollten Kriminalität in ihren Songtexten pushen und somit die Leute in eine Richtung bringen. Und zwar die vom Knapp. Würde auch erklären, warum nicht kriminelle Leute kriminelle Musik machen. Viele sogar. Im Raum wurde es auf einmal still. Er schaute rum und sah, dass die Leute geschockt waren. Die Stille wurde unterbrochen, als jemand sagte, ist das ein Scherz? Zwei Leute aus der Gruppe der Businessmänner kamen zu diesem Mann und wollten ihn aus dem Haus heraus bitten. Der Mann, der die Geschichte erzählt, wollte die Lage beruhigen. Doch es wurden Waffen gezogen. Und er und vier weitere Personen mussten das Haus verlassen. Als er den Mann aus der Musikindustrie angesprochen hat, der eng mit den Businessmännern befreundet war und ihn fragte, warum er Teil einer so korrupten Sache ist, antwortete er, diese Sache ist größer als nur Musik und ging wieder rein. Boah, Digga. Um die 2000er rum, wa? Da wo Hip-Hop riesig geworden ist, meine Jutsen und Jutsinnen. Sagt mal auf, dass sie angefangen hat, in den 80er Jahren zu steigen. Genau die gleichen Jahre, wo die ersten Gangster-Rap-Crews wie Piss oder NWA auf den Markt gekommen sind. Ab den 90er Jahren war noch ein größerer Anstieg als vorher. Könnte das vielleicht an dem Treffen liegen, das wir vorher besprochen haben? Ob das wirklich so ist, bleibt ein Rätsel. Diese Sachen scheinen eigentlich unglaublich. Man kann sich nicht vorstellen, dass sowas wirklich passieren könnte. Aber sowas ähnliches ist mal passiert und aufgeflogen. Hab ich schon von gehört und weiß ich nicht. Also so generell kann ich mir schon vorstellen, dass da Mächte im Hintergrund waren, die das extra gepusht haben und die gesagt haben, ja, lass uns da mal irgendwie ein bisschen Einfluss reinbringen und gucken, wie wir noch mehr Geld machen können. So weißt du, krank eigentlich, wenn du überlegst. Damals wurden sogar Richter verurteilt, die Geld von privaten Gefängnissen gekriegt haben, um noch minderjährige Personen zu verurteilen. Klaus sagt gerade, Label-Chefs, die nicht kriminell sind, aber kriminelle Mucke fördern. Geil. Hammer, ne? Das sind die, die sich das Geld einheimsen im Hintergrund und ihre Kinder schön vor dem Scheiß beschützen auch. Judges. Prosecutors say they were in cahoots to then keep the jail filled with children who did not belong there. Talk Radio host Steve Corbett. Gangster judges were selling children into a prison camp. Where were the protectors of the kids at that time? Just yesterday authorized Judge Grimm to begin healing the wounds of the children whose rights he found were routinely violated by expunging the records of as many as 5.000 children sent away to juvenile jail by Judge Chivarella. Im Jahr 2021 hat Biden einen Vertrag unterschrieben, in dem er alle Verträge mit privaten Gefängnissen aufgehoben hat. Doch diese finden auch immer Wege weiter, ihr Geld zu machen. Einer der wenigen Rapper, denen diese Sachen bewusst waren, ist der schon verstorbene Rapper-Pimp-See, der das Thema Beeinflussung oft angesprochen hat und wichtige Sachen erwähnt hat. 5.000 Akten gelöscht. Manchmal siehst du halt so eine Dinger rauskommen, ne? Manchmal exposed sich das halt dann und dann bist du schockiert, weißt du? Deswegen ist es halt auch wichtig, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Natürlich weiß man nie, bis was rausgekommen ist, was da wirklich dahinter steckt, aber davon mal gehört zu haben, ist nicht verkehrt. Zum Beispiel, dass viele Kinder, die sich Rap anhören, im privaten Leben keine Vorbilder haben. Und nur die Rapper als Vorbilder sehen. Wenn man den Leuten schon von Ticken und Batsch... Ey, ich hab auch davon gehört, dass die Vorbilder extra genommen werden, dass die starken Männer in den, gerade in den schwarzen Communities extra in den Knast gebracht werden, damit die Kids und die Familien keinen Zusammenhalt mehr und kein starkes Oberhaupt mehr haben und damit dann halt auch leichter manipulierbarer sind, so. Und dann wieder in die Kriminalität reingehen und wieder den gleichen Shit verzapfen wie vorher, so, weißt du? Ist halt crazy, aber ich hab schon öfter davon gehört, dass es einen extremen Plan dahinter gibt oft. ...erzählen will. Sollte man auch mal die Seite zeigen, wo man inhaftiert wird. Und man seine Familie, wenn's gut kommt, jede zwei Wochen bei einem Besuch sieht. You started being a gangbanger after your first or your second album. You a buster. And these kids out here listening to us and looking up to us, cause a lot of them don't have no farther figure in their house. And every record you get on, you lying about some dope, talking about some squares. Cause if you gonna talk about some squares and talk about the drug game, you need to talk about the bad side of the drug game, too. Hundertprozentig. Der macht gerade heftigen Real Talk, der Bruder. Die Leute rappen über Packs und über dies, das verticken, haben aber selber nie Packs vertickt oder so'n Scheiß, weißt du? Warum promotest du denn den Scheiß? Echte Gangster, die rappen würden, die würden immer davon reden, was es auch für Schattenseiten mit sich bringt. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Daran siehst du auch, dass 90% halt von den Leuten Fake sind. Aber dass die damit ne teuflische Agenda pushen, so, das sollte denen auch bewusst sein. Weißt du? Auch hier in Deutschland. Wie viele Leute stellen sich hin und erzählen irgendeine Scheiße, mit der die nicht mal ansatzweise irgendwas zu tun hatten oder haben. So. In alle Richtungen. What about when your mama and your wife and your kids is crying, cause they at home and you in prison and I see it. What about that part of this dope game? Everybody talk about how many cars and how many jewels they gonna buy and how many squares coming off. You know what I'm talking about? But they ain't nobody talk about the other side of them. So if you gonna talk about that, you gotta talk about both sides. Zum Schluss was... Krasser Typ, man. Pimsy, rest in peace, bro. ...intention mit diesem Video. Ich will hier weder filmen, noch die Musikszene schlechtreden. Starkes Videoflex, brauchst du dich gar nicht erklären. Kannst ruhig die Jungs da schlechtreden, die du gerade anzeigst. ...einfach ein Denkanstoß für manche Leute sein. Nicht jeder lässt sich durch Musik beeinflussen. Aber diejenigen, die sich beeinflussen lassen, sind sehr beeinflussbar. Viele Leute jagen einfach einem Traum hinterher, der ihnen schon von klein auf in den Kopf gesetzt wurde. Den aber nur wenige erreichen werden. Denn von 10 Leuten, die diesen Weg gehen, schaffen es vielleicht ein oder zwei Leute. Der Rest geht in den Knast, geht drauf oder wird selber ein Junkie vom Zeug, das er verkauft hat. Es gibt nur ganz wenige, die illegales Geld nehmen und letztendlich den Absprung in ein legales Geschäft schaffen. Der Rest ist so lange dabei, bis er erwischt wird oder sich das Leben kaputt macht. Was denkt ihr über dieses Thema? Denkt ihr, du könntest du was an dem Treffen dran sein? Schreib es um in die Kommentare. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonnier und aktivier die Glocke. Like das Video, wenn dir so Themen gefallen. Danke im Voraus. Ich küsste ein Herz Flex, sehr starkes Video, feiere ich auf jeden Fall. Habe ich mir gestern rausgesucht, ist schon sieben Monate alt, aber ich finde die Videos generell vom Flex Doku immer sehr spannend und interessant, gut zusammengefasst, gute Stimmen und Bilder eingeblendet. Grüße gehen raus an der Stelle. Starkes Video, mein Juts da. Genau so weiter. Ich bin gespannt, was als nächstes Thema kommt bei dir. Er hat ja schon einige Videos angekündigt auch, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie so ein Flitzebogen, meine Jutsen. Big Like. Gutes Video, ne? Fand ich auch.